Hallo meine lieben Digierter, hallo und herzlich willkommen in so einem weiteren neuen KDMO-Event-Video hier auf meinem Kanal mit dem Update vom 8. November 2023. Was das Ganze beinhaltet, schauen wir uns jetzt wie immer gemeinsam an. Dieses Mal, wie ihr aber sehen könnt, sind keine neuen Updates mit dabei, kein neues Digimon oder sonst irgendwas, sondern es geht direkt in die Events rein und sobald wir mit den Events durch sind, schauen wir uns natürlich noch die Promotions an. Aber da sind ein paar sehr interessante Sachen reingekommen und die möchte ich natürlich dementsprechend ansprechen. Und zwar ist einerseits Event Nr. 1 Awakening reingekommen, das bedeutet in dem Fall, dass eine Double-Stat-Event reingekommen ist, mit verdoppelten Werten, HP, Digi-Soul, Defense und AT, für alle Royal Knights. Das beinhaltet nicht nur die normalen Royal Knights, sondern auch die X-Royal Knights. Die sind hier zwar extra nicht separat aufgelistet, weil offiziell dürfen die ja die im Moment wahrscheinlich nicht supporten, aber ich habe schon Screenshots gesehen, die bestätigen, dass auch die X-Royal Knights auch eingeschlossen, zum Beispiel Examon X, davon betroffen sind. Also werden auch Omnimon X und die anderen X-Royal Knights ebenfalls davon betroffen sein. Und betroffen sind auch alle Awakened-Digimon, die es aktuell im Spiel dann gibt. Das beinhaltet nicht nur alle Shin-Digimon, sondern auch alle, die die Bezeichnung Awakened haben. Die Bezeichnung Shin existiert ja nicht mehr offiziell im Spiel, sondern alle Shin-Digimon, also zum Beispiel Ganatmon Shin ist jetzt auch umgeändert worden zu Awaken und diese sind da auch, wie gesagt, alle enthalten. Also das stärkste Digimon, was davon betroffen ist, ist ja Lucemon, Satan-Mode, Shin, Awaken, wie auch immer man das dann nennen möchte aktuell. Susannomon ist ebenfalls davon betroffen, also die Susannomon-Shin-Variante, Awaken. Ähm, Penglongmon-Shin ebenfalls davon betroffen und natürlich alle anderen, die ebenfalls noch Shin im Namen haben und natürlich auch Awaken. Aber ja, sehr schön auf jeden Fall. Und dann ist natürlich noch der Skill-Damage verdoppelt, also das gehört natürlich auch mit dazu. Also das sollte man dann definitiv nutzen, um an seinen Zielen wie Dungeons, ähm, True Digivice oder sonstigen Sachen zu arbeiten. Da kann man auf jeden Fall das dann sehr gut dafür dann nutzen. Und im Zuge dessen gibt es dann auch noch Event Nr. 2, To Adventure Dungeon. Das ist dann wieder ein Double-Ticket-Event für die ganzen Adventure Dungeons. Also eingeschlossen, ähm, ähm, Tokyo Tower Observatory Easy in der Normal-Mode. Fuji TV Rooftop Easy und Normal-Mode. Whirlpool, also Venomous Vortex, Easy-Mode und, ähm, Normal-Mode. Rainbow Bridge ist ebenfalls davon betroffen. Also, da bekommt man dann, genauso wie bei den anderen, statt zwei Tickets normalerweise dann, ähm, jetzt während des Event-Zeitraums, ist dann vier Tickets, also verdoppelte Anzahl. Und auch das Nanomon Maze Normal-Mode und Hard-Mode ist ebenfalls davon betroffen. Der Easy-Mode ist ja zugänglich ohne Tickets, wenn ich mich nicht alles täusche, deswegen ist dieser hier nicht enthalten. Aber, wie gesagt, da kann man auf jeden Fall jetzt das sehr gut dann nutzen, um seine Tickets aufzustocken. Und dazu gehört dann auch noch das, ähm, ja, Dungeon-Nerfing-Event, welches auch schon ein paar Mal bei uns in der Vergangenheit war. Und zwar heißt das Event dann Let's Catch the Weekend Dungeon Boss. Das betrifft in dem Fall Skalmeramon, Myotismon und Venomyotismon, die Dungeons. Da sind jetzt dann deren, ja, Stats, die hier aufgelistet sind. Und, ähm, dann während des Event-Zeitraums halbiert. Also, die haben nur den halben HP-Wert. Halben, das müsste Defense, glaube ich, sein, oder Evasion. Ja, bin ich mir gerade nicht sicher. Und einen halben AT-Wert. Der Skill-Damage ist aber, soweit ich das, ähm, gesehen habe, nicht geändert. Da bleibt noch abzuwarten, aber gut, mit dem halbierten HP-Wert müsste man die auch dann mit genügend Damage dann rushen können. Aber das betrifft nur die Normal-Modes. Diese Modes, wie sie hier selber sagen, sind nicht geändert worden. Und, ja, die Boss-Stats, HP, Defense und AT sind während des Event-Zeitraums dann halbiert. So, dann gibt es auch noch das Hunters Energy-Event mal wieder. Das heißt, das betrifft klassischerweise wieder diese aufgelisteten Gebiete. Western Village, Wilderness Area und so weiter und so weiter. Also, alles, was hier aufgelistet ist. Wenn man während des Event-Zeitraums dort hingeht und dort, ähm, Digimon besiegt, füllt sich oben eine Hunters Energy-Leiste auf. Und sobald diese dann, ähm, voll ist, bekommt einer random, der auf der Map, beziehungsweise auf dem Channel dann auf der Map ist, wo man sich gerade befindet, dann, ähm, einen, äh, Hunters Combat Experience Record. Je nachdem, auf welcher Map man sich befindet, ist es dann unterschiedlich. Und dieser, wenn man diesen gedroppt bekommen sollte, gibt einem einen fixen EXP-Wert. Das lohnt sich aber hauptsächlich nur für, ähm, neuere Spieler, weil die EXP-Anzahl bei weitem überstiegen wird, äh, von, ähm, regulären Sachen, die man im Endgame normalerweise macht, beziehungsweise, ähm, mit klassischen Leveling-Methoden, Minato City, auch die neuen D-Reaper-Maps sind ja super zum Leveln, Machine-Dramon, alles, das gibt weitaus mehr EXP als diese Sachen. Nur wenn man dort sowieso unterwegs ist und dort questet, beispielsweise um mit den Main-Quests oder sowas voranzukommen, dann, ähm, kann man das natürlich nebenbei mitnehmen. Aber ansonsten, ähm, bringt das nicht allzu viel. So, dann haben wir noch Gankumons Rough Training, das bedeutet in dem Fall wieder ist eine neue Gankumons Season dort bei denen gestartet. Bei uns wird die ja nächste Woche dann ebenfalls auch starten, also in einer Woche dann. Und das bedeutet in dem Fall, dass die alten Gankumons Training Boxen und auch die Tough Training Boxen plus natürlich die Certificates gelöscht werden und dann wieder neue verteilt werden. Also in dem Fall gibt es dann wieder die Möglichkeit beim NPC Hackmon im DATS-Center wieder die Locked Gankumons Training Box abzuholen. Und wie immer betone ich da extra noch mit dazu, man kann diese Locked Gankumons Training Box nur innerhalb der 14 Tage bekommen, wo diese neue Gankumons Season dann quasi mit diesem Event dann jedes Mal dann startet. Danach, ähm, kann man nicht mehr an diese Box rankommen, bis das nächste Mal das Ganze resettet wird. Also das muss man in dem Fall jedes Mal beachten. Also wenn man diese Box mitnehmen möchte, weil man den Gankumons Dungeon dann wöchentlich macht, dann muss man das während dieses Event-Zeitraums dann machen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Belohnungen, die man aus dem Gankumons Dungeon regulär bekommt, also das, was aus den Dropboxen, die man innerhalb des Dungeons dann bekommt, dann rauskommt, da wird nichts geändert. Das betrifft nur diese hochcraftbaren Boxen. Und ja, mit diesen Gankumons Training Certificates kann die normale Box, also die Free Box, die man von Hackmon bekommt, dann wieder hochgecraftet werden. Da gibt es natürlich wieder, ja, wenn man das sowieso nebenbei macht, dann auch, ja, solide Belohnungen. Aber dann gibt es auch noch die Kaff, äh, die Logged Gankumons Tough Training Box. Diese ist dann wieder Cash-Shop-exklusiv, kostet wie immer 297 Crown, wenn man die sich holt. Mal schauen, ob die es dieses Mal im Gegensatz zum letzten Mal wieder hinbekommen dann bei uns. Ähm, das auch für die Steam-Variante möglich wieder zu machen. Die haben es ja schon einmal, ähm, vernünftig gemacht, aber beim letzten Mal, warum auch immer, dann nicht mehr. Aber ja, da gibt es dann natürlich deutlich bessere Belohnungen rauszuholen. Gut, dafür zahlt man dann natürlich auch Crown dafür. Und ja, diese kann dann mit den Tough Training Certificates hochgecraftet werden. Beide Arten von Training Certificates droppen natürlich außer dem Gankumons Dungeon, wenn man diesen macht. Und das war's dann auch schon so von den, äh, Events, die geändert wurden. Die, ähm, Anniversary-Event-Geschichten laufen natürlich weiterhin weiter. Also da, ähm, muss man keine Sorge machen, dass da irgendwas geändert wird. Also da kann man ganz gewohnt dann bis zum, also bei denen bis zum 8. Äh, zum, war das der 22. oder 28.? Nee, stimmt, bei denen war das der 22. November. Da geht das bei denen dann weiter und bei uns läuft das natürlich dann weiter bis zum 28. dann. Aber ja, da gibt es dann auch noch die Log-In-Zeit-Events. Da gibt es dann weiterhin für zwei Stunden diese 14th Anniversary Exchange Voucher, fünf Stück. Und für drei Stunden gibt es dann drei Flood of the Goddess, zwei Random Mid-Class Startup Boxen und ein Random Hatch Backup Level 4 bis 5. Und Samstag und Sonntag für vier Stunden gibt es dann drei Floods of Yggdrasil, einen Super Amplification Booster plus 1000%. Wahrscheinlich wieder die Ein-Stunden-Variante. Und ein Raremon Random Digi-Eck Level 4 bis 5. So, den Modification und Supplement Works gibt es in dem Fall dann nicht. Dann schauen wir uns aber natürlich noch die Promotions an. Angefangen mit den Premium Data Summon Ticket Legend Summons, die wieder reingekommen sind. Und in dem Fall ist das ein echt verdammt guter Summon, der reingekommen ist. Das gilt natürlich wie immer, man braucht zwei Data Summon Ticket Legends, um da zu pullen. Und dieses Mal sind die besten Belohnungen, die man da rausbekommen kann, mit einer Chance von 0,5% natürlich. Einerseits Cross Data Time kann man rausziehen, das Evolution Item für Seed Millennium Mon. Digitama of Evil Data, das ist das Evolution Item für Lucemon, Satan Mode, Shin Awakened, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Imperium Vicious BD, welches ist das Evolution Item für Dark... oder beziehungsweise die beiden Evolution Items, die man für Darkness Park Ramon benötigt, dann in dem Fall. Und das Seed Zero Unit Bracelet ist ebenfalls wieder mit dabei. Das heißt, nicht nur hat man hier die Möglichkeit, das Bracelet rauszuziehen, mit einer Chance von 0,5%, sondern auch drei verschiedene Virus-Digimon, die allesamt sehr gut eigentlich sind. Also da kann man nichts falsch machen. Also das wird definitiv ein Summon sein, wo gerade die Leute, die auf das Bracelet handen, wahrscheinlich sehr gerne reingehen werden. Also das ist wirklich ein verdammt guter Summon, was die möglichen Sachen betrifft, die man da rausziehen kann. Hier gilt allerdings in dem Fall, dass als Pity Digimon nur, also die, wo man einen Balken füllen kann, um das dann am Ende rauszubekommen, Seed Millennium Mon sind und Inferium Vicious BD, also Darkness Bagramon. Da gibt es dann dementsprechend keine separate Pity für Lucemon, Satan Mode, Shin. Diesen muss man mit Glück rausziehen. Ansonsten hat man da nur die Möglichkeit, das von einem anderen Spieler dann zu kaufen, weil es keine Möglichkeit gibt, hier gezielt auf Lucemon direkt zu gehen. Aber overall, wirklich verdammt guter Summon. Mal schauen, ob die das bei uns ändern werden, weil es gab ja schon mal einen Summon vor ein, zwei Monaten, wo auf KDMO Lucemon, also Digitamin auf Evil Data, bei denen mit dabei war, aber dann bei uns der Summon umgeändert wurde, warum auch immer. Und dann was anderes stattdessen drin war. Mal gucken. Aber auf jeden Fall auf KDMO sieht der Summon so aus. So, dann gibt es auch wieder einen, ja, Summon in Data Summon Ticket Epic und da ist dann wieder Matrix Evolution Galantmon reingekommen. Also da gibt es dann wieder die Möglichkeit, auch an Galantmon Shin ranzukommen. Wie immer gilt dann natürlich eine Pity von 100, braucht man, um das garantiert zu bekommen. Eine charaktergebundene Variante und ansonsten hat man eine 1% Chance beim Summonen das vorher schon zu ziehen. Und natürlich sind da wieder die üblichen Schrott-Sachen mit dabei, die man ansonsten rausziehen kann. Also Epic müssten sie wirklich mal überarbeiten, weil hier ist, wenn man das, klar, wenn man die Sachen auf den Cash-Shop-Wert pro Ticket bezieht, dann klar, dann kommt das werttechnisch vielleicht hin, pro Summon, den man macht. Aber, ähm, in-game, währungstechnisch, also wenn man die Sachen bei anderen Spielern kaufen würde oder verkaufen wollen würde, ähm, sind die meisten Sachen hier einfach bei weitem nicht das wert, was man hier an, ähm, ja, Crown dafür ausgibt. Aber dafür geht man ja auch nicht rein, man geht ja für das Evolution-Item normalerweise dann rein. Trotzdem wäre es ganz gut, wenn die Data Summon Ticket Epic zumindest so attraktiv machen würden wie, ähm, Legend. Weil hier hat man ja nicht nur die Möglichkeit auf das Pity-Item, sondern auch noch auf wirklich andere Sachen, die wirklich ordentlichen Wert haben. Aber ja, dann gibt es auch wieder das Mega-Digi-Klon-Package, kostet 198 Crown in dem Fall und das beinhaltet wie immer, äh, Mega-Digi-Klone S, A, B, C und D mit jeweils 5 Stück bemessen. Das heißt, 5 Stück von jedem Mega-Digi-Klon ist nicht Mega-Reinforced, sondern nur die normalen Mega-Digi-Klone in dem Fall. Dann gibt es auch wieder die Ganko-Mons, äh, Harsh, äh, beziehungsweise Tough Training Box. Diese kostet wie immer 297 Crown und auf K-Demo kann die, äh, nur einmal pro Account gekauft werden und kann auch nicht getradet werden. Mal schauen, ob die das bei uns wieder in GameKing-Exklusiv machen oder, wie die es schon mal gemacht haben, vernünftig auch für Steam-Spieler reinbringen. So, dann gibt es auch zwei Slot-Open-Packages wieder. Einmal die 99-Crown-Variante und die 49-Crown-Variante. Die 99-Crown-Variante beinhaltet eine Mercenary-Slot-Expansion, 5 Digimon-Archive-Expansions, ähm, 20 Warehouse-Expansions und 20 Inventory-Expansions und das, ähm, Slot-Open-Light-Package für 49-Crown beinhaltet 5 Digimon-Archive-Expansions, 20 In-, äh, 20 Warehouse-Expansions und 10 Inventory-Expansions. Dann sind auch wieder R15er Double Enhanced Chip-Scanning-Kits reingekommen und dieses Mal sind das die R15er wieder für Virus-Buster und für Metal Empire. Also, wer da sich wieder eindecken möchte oder dran versuchen möchte, denke ich, diese werden in dem Fall wieder kommen. Kosten wie man 9, äh, Crown dann, wenn die dann reinkommen pro Stück. Sind aber natürlich random, ähm, was man da rausbekommt und natürlich muss man die vernünftige Kombination bekommen und dann muss man da natürlich auch noch ordentliche Werte drauf bekommen. So, dann ist auch das Dark Knightmon Super Advent Package wieder reingekommen für 249-Crown. Macht natürlich Sinn, weil Darkness Bagramon wieder mit dabei ist, dass man dann auch wieder die Möglichkeit bekommt, hier vernünftig ranzukommen, obwohl die Digi-Eier auch so separat im Shop erhältlich sind, aber meistens ist es ganz solide, auch das Package dafür mitzunehmen, wenn man die noch nicht hat. Da sind wieder Deadly Axxmon Level 4 bis 5 und Skull Knightmon Level 4 bis 5 mit dabei, dann vier Hedge-Backup Level 5er sind mit dabei, ein Reinforced Digi-Klon-Package und die Lone mit Class-Datas, die man benötigt, um diese dann zu hatchen. Und dann ist auch noch das Bagramon Advent Package mit dabei für 349-Crown. Dieses beinhaltet Bagramons Ideals and Beliefs, also das Evolution Item, was man auch durch das Anniversary Event bekommt. Allerdings gibt es durch das Anniversary Event keine Möglichkeit, an das Digi-Eier ranzukommen. Und das Digi-Eier benötigt man, um Bagramons Evolution Item zu verwenden. Und da das Bagramon Digi-Eier, der 4 bis 5, ein Package-exklusives Digimon ist, gibt es halt keine Möglichkeit, außer durch das Package da ranzukommen. Und wenn man da sowieso das Evolution Item, die man hier sehen kann, dafür bekommt, warum sollte man das dann unnötig aus dem Event mitnehmen? Bringt einem ja nichts. Aber ja, das Package für Bagramon ist ebenfalls mit hier reingekommen. Und ja, das auf jeden Fall zu den Promotions, auch die reingekommen sind. Also wie gesagt, verdammt guter Summon. Und da hat er Summon-Ticket-Legend. Double-State-Event für alle Royal Knights und Awakened Digimon auch. Verdammt super. Gut, Double-Ticket-Event. Sehr gut zum Ticket-Vorräte auffrischen. Und natürlich für alle Leute, die noch die Dungeons benötigen. Und natürlich auch vielleicht die Quests noch benötigen. Also Myotismon und Venomyo-Myotismon. Alleine für die Quest. Da ist es jetzt am besten, diese dann mitzunehmen. Beziehungsweise dann Leute zu finden, mit denen man das dann machen kann. Pandas Energy wie immer meiner Meinung nach unnötig, weil einfach nicht genügend EXP dabei rumspringt für die meisten Spieler, um da das Ganze sehr attraktiv zu machen. Und natürlich neue Gang-Common-Season ist gestartet. Ansonsten läuft natürlich weiterhin das Anniversary-Event noch weitere zwei Wochen dort weiter. Und natürlich kommt das dann auch noch zu uns. Also da gibt es dann auf jeden Fall weiterhin die Möglichkeit, die Sachen dann zu holen. Aber gut, das war es dann auf jeden Fall von dem neuen Update auf KDEMO. Schreibt mir wie immer gerne in die Kommentare, was ihr denn von den neuen Events in dem Fall haltet. Gibt ja keine neuen Sachen in dem Sinne. Und ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum nächsten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.